ja hier leute ich bin es mal kurz verlappen sind nicht bei ihr battlefield 4 sondern bei gar nichts eigentlich was zu vorausgesehen das heute betritt hat dann kommt und 18 Uhr das wenn aufnimmt für heute ja jetzt kommt heute kein battlefield 4 und kein battlefield hat lan wir können battlefield hat lan nicht aufnehmen wie es auch immer wir wissen nicht warum ich kann nicht mit fabs aufnehmen zwar kann ich mit cello player aufnehmen ich weiß es nicht wieso das nicht geht auch nicht wahrscheinlich EA hat es irgendwie so gesperrt oder so keine ahnung auf jeden fall können wir das spiel nicht aufnehmen wie es auch immer wir werden es wahrscheinlich morgen nochmal versuchen aufzunehmen und übermorgen und alles was die tage so ist werden wir aufnehmen versuchen und ja das würde ich jetzt so kurz sagen bei diesem kleinen Info-Videon battlefield 4 kommt wahrscheinlich am Donnerstag äh kommt Rome dann am Dienstag und Donnerstag nächste Woche ähm genau das war es eigentlich schon wir sehen uns das nächste Mal zu einer Wartelfall von battlefield 4 Rome Minecraft Planzeit oder irgendwas anderes bis dann und ciao ich